Kims Tochter Nord, 4, darf sie den Barbie-Namen aussuchen? Bei Baby Nummer 3 soll alles anders laufen. Kim Kardashian, 37, und Kanye West, 40, wurden im Dezember 2015 zum zweiten Mal Eltern – das machte ihre erstgeborene Töchterchen Nord-West, 4, ganz schön eifersüchtig. Damit das beim dritten Kind anders läuft, will das Paar sie diesmal mehr einbeziehen – sie soll sogar den Barbie-Namen bestimmen. Das verriet eine Quelle jetzt gegenüber Hollywood-Liefe. Kim und Sin sehr besorgt darüber, wie auf das neue Baby reagieren wird. Es ist besonders herausfordernd, weil sie eine Leihmutter verwenden und sie somit nicht einmal richtig vorbereiten können, erzählte der Insider. Das TV-Sternchen sei sogar so beunruhigt gewesen, dass es einen Experten um Rat gebeten habe. Und dieser habe dem Paar die Idee mit der Namenswahl vorgeschlagen. Sie denken darüber nach, ist hin- und hergerissen, aber liebt die Idee. Er hält für ein kreatives Genie, erzählte der Informant. Wie würdet ihr es finden, wenn den Barbie-Namen aussuchen dürfte? Stimmt unten ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.